In unserem Sonnensystem gibt es nur einen Stern, nämlich die Sonne. Und wie du weißt, umkreisen alle Planeten diesen Stern. Aber im Universum gibt es mindestens ein System, in dem ein Planet zwei Sonnen umkreist, und zwar Kepler-16b. Es ist aber ein unwirtlicher und kalter Planet, der halb aus Gestein und halb aus Gas besteht. Aber cool ist er trotzdem. Stell dir vor, wenn du Kepler-16b besuchen würdest, hättest du zwei Schatten und könntest zwei Sonnenuntergänge beobachten. Aber in der Astronomie hat man noch etwas Selteneres, wenn nicht sogar bizarreres, gefunden. Einen Planeten, der drei Sterne umkreist. Ich spreche vom GW-Oriones-Sternsystem, das etwa 1300 Lichtjahre von unserem Planeten entfernt ist. Es hat drei orangefarbene Ringe, die aus Staub bestehen und ineinander verschachtelt sind. In der Mitte dieses Systems befinden sich drei Sterne. Zwei der Sterne sind Doppelsterne. Das bedeutet, dass sie sich gegenseitig umkreisen. Und der dritte Stern kreist um sie herum. Über die Wissenschaft hat man herausgefunden, dass die drei Ringe merkwürdig ausgerichtet sind. Der innerste Ring schwankt weit in seiner Umlaufbahn. Und der äußere Ring hat eine Neigung von 38 Grad. Deshalb hat man in der Astronomie zwei Theorien aufgestellt. Die erste Theorie besagt, dass der Bruch dieser Ringe entstanden ist, weil die drei Sonnen ein Drehmoment im Zentrum des Systems erzeugt haben. Das Drehmoment ist eine Gravitationskraft, die immer zum Zentrum hin wirkt. Aber wie bei vielen Theorien wurde diese später widerlegt. Es gab wohl nicht genug Turbulenzen in den Ringen, die diese Theorie bestätigt hätten. Die zweite Theorie besagte, dass dieses Phänomen aufgetreten ist, weil sich ein Planet in einem dieser Ringe gebildet hat. Dieser junge Planet könnte das Gravitationsgleichgewicht des Dreiringsystems so stark beeinflusst haben, dass die Ringe sich so weit voneinander entfernt haben. Was diese Theorie noch bestätigt, ist die Lücke in der Staubwolke. Der Größe nach zu urteilen, muss es sich bei dem Planeten um einen Gasriesen handeln, von der Größe wie Jupiter. Alle Weltraumobjekte sind dank der Schwerkraft entstanden, die die Materie zusammenzieht. Auch wenn es am Anfang nur eine geringe Rotation gibt, nimmt die Drehrate mit der Zeit zu, vor allem wenn ein Objekt zu kollabieren beginnt. Das ist auch der Grund, warum sich alle Objekte im Weltraum drehen, vom Staubteilchen bis hin zum schwarzen Loch. Wusstest du, dass schwarze Löcher ihre Masse verlieren? Ja, dieses Phänomen wird Hawkingstrahlung genannt. Die verursacht, dass der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs immer kleiner wird. Aber dieser Prozess geht sehr, sehr langsam vonstatten. Du hast bestimmt schon gehört, dass der Ereignishorizont der Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt. Er ist wie eine Grenze, die ein schwarzes Loch umgibt. Und nichts einschließlich Licht und Strahlung kann entkommen, sobald diese Grenze überschritten wurde. Aber so ein schwarzes Loch bräuchte das milliardenfache Alter unseres Universums, um vollständig zu verschwinden. In unserer heimischen Milchstraßengalaxie gibt es auch ein supermassives schwarzes Loch. Aber keine Sorge, wir sind nicht in Gefahr. Eines der nächstgelegenen großen schwarzen Löcher ist ungefähr 20.000 Lichtjahre entfernt. Und die Auswirkungen von schwarzen Löchern aus der Ferne zu beobachten, ist sicher. Die Probleme beginnen erst, wenn du ihnen zu nahe kommst, wegen ihrer wahnsinnigen Anziehungskraft. Galaxien können sich gegenseitig verschlingen, was eine der Möglichkeiten ist, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln. Unser nächster Galaxien-Nachbar ist Andromeda. Und diese Galaxie frisst gerade eine ihrer Satellitengalaxien auf. In der Vergangenheit hat Andromeda schon mindestens zwei verschlungen. In dieser Galaxie sind viele Sternhaufen verstreut. Andromeda muss diese Sterne aus anderen Galaxien gestohlen haben. In der Wissenschaft hat man es endlich geschafft, diese Sterne zu identifizieren. Sie haben sie bis zur Galaxienverschmelzung zurückverfolgt, die vor Milliarden von Jahren stattfand. Vor zehn Milliarden Jahren gab es auch in unserer Heimatgalaxie eine Kollision. Deshalb sieht ihr Halo jetzt anders aus als der von anderen Spirale-Galaxien. In der Wissenschaft ging man davon aus, dass es sich um mehrere kleine Kollisionen gehandelt hat. Aber dann stellte man fest, dass die meisten Weltraumobjekte in der Milchstraße aus einer einzigen Quelle stammen. Und zwar von einer anderen Galaxie, die mit der der Milchstraße kollidierte. Die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie könnten auch zusammenstoßen. Aber das wird wohl nicht in den nächsten 4,5 Milliarden Jahren passieren. Neutrinos sind elektrisch neutrale Teilchen, die so stark sind, dass sie kilometerweit durch Blei wandern können. Nichts kann sie also aufhalten. Einige durchqueren sogar deinen Körper, während du das hier siehst. Neutrinos entstehen sowohl bei Kernreaktionen im Inneren lebendiger Sterne als auch bei einer Supernova-Explosion. Dann, wenn Sterne erlöschen. Diese Teilchen sind fast masselos. Sie brauchen weniger als drei Sekunden, um die Oberfläche der Sonne zu erreichen. Und dann brauchen sie nur acht Minuten, um zu unserem Planeten zu gelangen. Etwa 90 Lichtjahre von der Erde entfernt gibt es einen Planeten namens Toy 1231b. Er ist ähnlich wie unser Neptun, also auch ein Gasriese. Aber das Interessante ist, dass dieser Planet wahrscheinlich eine reiche Atmosphäre hat. Der Planet ist dreieinhalbmal so groß wie die Erde und auch etwas wärmer, 57 Grad Celsius. Er umkreist einen roten Zwergstern, der viel kleiner ist als unsere Sonne. Aber dieser Stern ist auch schon viel älter. Ein Jahr auf diesem Planeten dauert nur 24 Erdentage. Obwohl der Planet nahe an seinem Mutterstern kreist, ist er trotzdem relativ kalt. In der Astronomie, glaubt man, Wolken in der Atmosphäre des geheimnisvollen Planeten entdeckt zu haben. Und vielleicht bestehen sie sogar aus Wasser. Dieses Sternplanetensystem entfernt sich ziemlich schnell von der Erde. Und so konnten forschende Wasserstoffatome nachweisen, die aus der Atmosphäre des Planeten entweichen. Ja, das bedeutet, dass der Planet wohl auch einen Schweif hat. Ein hypothetisches weißes Loch ist auch so ein bizarres Weltraumobjekt. Wie der Name schon sagt, ist es das Gegenteil eines schwarzen Lochs. Es ist sehr hell und wurde erstmals von Albert Einstein in seiner Theorie der Schwerkraft erwähnt. Wenn in der Wissenschaft über weiße Löcher gesprochen wird, dann meistens im Zusammenhang mit Wurmlöchern. Es gibt die Theorie, dass ein schwarzes Loch wie eine Art Eingang zu einem Tunnel ist, der dich durch Raum und Zeit führt. In diesem Fall könnte ein weißes Loch der Ausgang sein, der sich irgendwo anders im Universum befindet. Aber weiße Löcher müssen nicht unbedingt Ausgänge von Wurmlöchern sein. Sie könnten auch eine Zeitlupenwiederholung der Entstehung der schwarzen Löcher sein. Die Entstehung eines schwarzen Lochs beginnt mit einem alten, massereichen Stern. Nachdem er unter seinem eigenen Gewicht kollabiert ist, verwandelt er sich normalerweise in ein schwarzes Loch. Aber manchmal verwandeln Quantenprozesse einen Stern nicht in ein schwarzes Loch, sondern bilden ein weißes Loch, das die Materie des ursprünglichen Sterns wieder ausspuckt. Das ist aber bisher nur eine Theorie. Auf einigen Planeten wie Mars und Venus herrscht ein ziemlich markantes Wetter mit starken Stürmen. Und es könnte ein ebenso starker Weltraumwirbelsturm auf die Erde gestoßen sein. Es war eine wirbelnde Luftmasse, die etwa 1000 Kilometer breit war. Satelliten entdeckten den Wirbelsturm hunderte von Kilometer über dem Nordpol, irgendwo in der oberen Atmosphäre der Erde. Der Wirbelsturm ließ kein Wasser regnen, sondern Elektronen. Er hielt fast acht Stunden an, bevor er sich schließlich auflöste. Übrigens drehte er sich gegen den Uhrzeigersinn. Es kann sein, dass sich unter der Oberfläche der Monde, die den Uranus umgeben, Ozeane befinden. Forschende haben schon die Ozeane auf dem Jupitermond Europa und dem Saturnmond Enceladus erforscht. Diese Ozeane sind unter den Eiskrusten der Monde verborgen. Uranus hat übrigens 27 Monde. Fünf von ihnen sind besonders groß. Das sind Umbriel, Titania, Oberon, Miranda und Ariel. Als man in den 1980er Jahren die Voyager 2 dorthin schickte, um Bilder von diesen fünf Monden zu machen, entdeckten Forschende, dass sie sehr viele Krater haben und aus Eis und Gestein bestehen. Die Bilder, die damals untersucht wurden, zeigten auch Anzeichen von flüssigem Wasser, das aus den Tiefen der Monde emporströmte und an der Oberfläche gefror. Eine der plausibelsten Erklärungen sind also Ozeane, die sich unter der Oberfläche befinden. Wenn sich ein Mond um einen Planeten bewegt, wird er von der Anziehungskraft des Planeten angezogen und bleibt in seiner Umlaufbahn. Dieses Ziehen erzeugt einen elektrischen Strom, der sich in ein Magnetfeld verwandelt. Ein solches Magnetfeld wird als induziert bezeichnet. Man geht davon aus, dass unterirdische Ozeane der Grund dafür sein könnten, dass dieses induzierte Feld erzeugt werden kann. Saturn ist bekannt für seine berühmten Ringe. Aber auch Neptun, Uranus und Jupiter haben Ringe. Doch Saturn hat zusätzlich noch etwas Besonderes, was wir noch bei keinem anderen Planeten entdeckt haben. Es ist dieser riesige sechseckige Sturm, der sich um den Nordpol des Planeten bewegt. Jede seiner Seiten ist fast 12.500 Kilometer lang. Das ist eine Fläche, die so groß ist, dass wir fast vier Erden darin unterbringen könnten. Laut Wärmebildern reicht dieses sechseckige Wolkenmuster etwa 100 Kilometer tief in die Saturnatmosphäre. Aber der Planet versteckt sich hinter dicken Wolken, durch die das Sonnenlicht nicht durchdringen kann. Deshalb können wir nicht sehen, was genau da vor sich geht. Aber natürlich gibt es Theorien dazu. Du weißt, Saturn ist ein Gasriese. Wenn das Gas tief im Inneren des Planeten erhitzt wird, dringt es nach außen. Es wird sehr viel Energie freigesetzt, wenn das Gas aufsteigt, sich ausdehnt und an Dichte verliert. Die gleichen Prozesse verursachen übrigens auch Hurrikane und Tornados auf unserem Planeten. Auf Saturn gelangen die wirbelnden Gase aus einer Hochdruckzone in die äußeren Schichten des Satons. Und diese Gase sind der Auslöser für den mächtigen Sturm mit seiner ungewöhnlichen Form. Auf der Venus ist es außergewöhnlich heiß. Da schmilzt sogar Blei. Sie ist der heißeste Planet unseres Sonnensystems. Auf ihr herrscht ein extrem hoher Druck und extrem starke Windetoben. Sie sind 50 Mal schneller als die Rotation des Planeten. Und sie werden immer stärker. Wissenschaftler haben dafür keine Erklärung, aber in den Wolken der Venus haben sie etwas Interessantes gefunden. Einen potenziellen Hinweis auf verwesende biologische Materie. Gibt es dort etwa Leben? Nicht wirklich. Die Venus ist viel zu trocken und stürmisch und bietet auch nicht ausreichend Wasser, um Leben zu ermöglichen. Ringe um Planeten sind weiter verbreitet, als wir dachten. Die Ringe des Saturn sind die berühmtesten und wohl auch spektakulärsten. Sie bestehen zum Teil aus reflektierendem, glitzerndem Wassereis. Etwas derartiges gibt es in unserem Sonnensystem nicht noch einmal. Jupiter, Uranus und Neptun haben aber auch Ringsysteme. Nur bestehen diese vorrangig aus Staub und Gestein. Aber nicht nur Planeten. Astronomen fanden sogar einen Asteroiden mit Ringen. Und warum hat dann die Erde keine Ringe? Gasriesen haben Ringe, Gesteinsplaneten hingegen nicht. Es gibt zwei Theorien, wie sich Ringsysteme bilden. Sie könnten sich aus den Überresten der Entstehung des Planeten bilden. Oder sie sind Trümmer von einer Kollision, die einen unbekannten Mond zerstört hat. Oder die Schwerkraft des Planeten hat den Mond gesprengt. Bisher ist nicht geklärt, warum nur Gasplaneten Ringe haben. Sie haben sich im äußeren Bereich unseres Sonnensystems gebildet, während sich die Gesteinsplaneten im inneren Bereich befinden. Vielleicht waren diese inneren Planeten einfach nur besser vor Einschlägen geschützt, die Ringe verursachen könnten. Außerdem gibt es im äußeren Bereich des Sonnensystems mehr Monde. Vielleicht liegt es auch an dem größeren Volumen der großen Planeten, welches die Ringsysteme stabilisiert. Manche Theorien gehen davon aus, dass auch die Erde einst ein Ringsystem hatte. Vor langer, langer Zeit kollidierte unser Planet mit einem Objekt so groß wie der Mars. Dabei könnte ein dichter Ring aus Trümmern entstanden sein. Aber unsere Geschichte verlief anders als die der äußeren Planeten. Vielleicht vereinten sich die Trümmer zu unserem Mond. Kennen wir die Form des Universums? Einstein stellte die Relativitätstheorie auf. Sie besagt, dass das Universum drei Formen haben könnte. Geschlossen wie eine Kugel, offen wie ein Sattel oder flach wie ein Blatt Papier. Die Form bestimmt, ob es unendlich ist oder nicht und ob es sich für immer ausdehnen oder irgendwann kollabieren wird. Die Form des Universums ist von seiner Dichte und Ausdehnungsgeschwindigkeit abhängig. Um die Form zu bestimmen, bedient man sich der sogenannten kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Das ist im Prinzip das Nachglühen des Urknalls. Schallwellen, die sich von Anbeginn durch das Universum bewegen, erzeugen ziemlich kleine, räumliche Temperaturvariationen ihres schwachen Lichts. Ergebnisse von Studien zeigen, dass das Universum sich vermutlich in alle Richtungen ausdehnt, was bedeuten würde, dass es flach ist. Warum ist die Sonne heiß und der Mond kalt? Die Sonne strahlt Hitze ab, da ihr Kern extrem heiß ist. Der Druck im Inneren ist sehr hoch und Wasserstoff verwandelt sich in Helium. So erzeugt die Sonne Licht und Wärme. Das Sonnenlicht und ihre Wärme reichen aus, um den Tag auf der Erde zu erhellen und Leben zu ermöglichen, obwohl sie rund 150 Millionen Kilometer weit entfernt ist. Der Mond ist nicht heiß, weil er keine Atmosphäre hat. Er kann das Sonnenlicht nicht absorbieren, wie unser Planet. Seine Oberfläche wird am Tag bis zu 100 Grad Celsius warm. Da es jedoch keine Atmosphäre gibt, fallen die Temperaturen nachts wieder stark ab, auf bis zu minus 173 Grad. Die Sonne ist glühend heiß, kein Zweifel, aber der Weltraum um sie herum ist kalt. Wärme ist Energie, die in Objekten gespeichert ist. Mit Hilfe der Temperatur messen wir, ob etwas heiß oder kalt ist. Wenn man nun Wärme auf ein bestimmtes Objekt überträgt, steigt seine Temperatur. Entferne die Wärmequelle und die Temperatur sinkt wieder. Wärme lässt sich auf drei Arten übertragen. Konvektion, Konduktion und Strahlung. Konvektion funktioniert für Gase und Flüssigkeiten. Konduktion wirkt bei festen Stoffen. Die Temperatur beeinflusst nur Materie. Doch im Weltall gibt es nicht allzu viele Partikel. In dem beinahe vollständigen Vakuum funktioniert die Übertragung von Wärme nicht gerade effektiv. Der einzige Weg der Wärmeübertragung ist daher die Wärmestrahlung. Wenn die Wärme der Sonne via Strahlung auf ein Objekt trifft, absorbieren die Atome, die das Objekt ausmachen, die Energie. Diese Energie versetzt die Atome in Bewegung und dadurch entsteht Wärme. Im Weltraum bleibt die Temperatur von Objekten lange Zeit konstant. Kalte Objekte bleiben kalt und heiße Objekte bleiben heiß. Wenn du irgendetwas in der äußeren Schicht der Erdatmosphäre platzierst und direktem Sonnenlicht aussetzt, erwärmt es sich auf etwa 120 Grad Celsius. Die Objekte im All, die unseren Planeten umgeben und keine direkte Sonneneinstrahlung erhalten, sind etwa 10 Grad Celsius kalt. Grund für diese Temperatur sind Moleküle, die aus unserer Atmosphäre entkommen und von der Sonne erwärmt werden. Wir glaubten lange, im Weltraum gäbe es kaum Wasser. Heute wissen wir, dass es im gesamten Sonnensystem Wasser gibt. Man findet es für gewöhnlich auf Asteroiden und Kometen. Auch Krater auf Merkur und unserem Mond, die permanent im Schatten liegen, enthalten Wasser. Auf dem Mars findet man an den Polen und unter dem oberflächlichen Staub Eis. Es ist vielleicht nicht genug, um eine menschliche Kolonie zu versorgen, aber es ist ein Anfang. Auch andere Himmelskörper unseres Sonnensystems enthalten Eis. Zum Beispiel der Zwergplanet Ceres sowie einer der Saturnmonde. Europa, ein Jupitermond, ist unseres Wissens nach der vielversprechendste Kandidat für das Vorhandensein von Leben. Vermutlich befindet sich unter seiner gefrorenen Oberfläche ein ganzer Ozean. Er könnte doppelt so viel Wasser fassen wie alle Ozeane unseres Planeten zusammen. Titan, der größte Saturnmond, verfügt ebenfalls über einen Flüssigkeitskreislauf, aber es ist kein Wasser. Ein solcher Kreislauf bewegt Stoffe zwischen Oberfläche und Atmosphäre. Auf den ersten Blick klingt das wie der Wasserkreislauf der Erde. Doch die riesigen Seen auf Titan sind mit Ethan und Methan gefüllt. Aber es könnte auch Wasser dabei sein. Neptun ist etwa 30 Mal so weit von der Sonne entfernt wie wir. Logischerweise erhält er signifikant weniger Licht und Wärme von der Sonne. Trotzdem strahlt er deutlich mehr Wärme ab, als er erhält. In seiner Atmosphäre passiert sehr viel, erst recht wenn du den Vergleich zu seinem Nachbarn Uranus ziehst. Uranus ist näher an der Sonne, strahlt aber genauso viel Wärme ab wie Neptun. Die Winde auf Neptun sind unglaublich stark, sie erreichen 2400 Kilometer pro Stunde. Bisher gibt es dafür keine Erklärung. Grund könnten eine Gravitationskontraktion aus dem Kern stammende Energie oder die Sonne sein. Ich hoffe, wir finden es irgendwann heraus. Kannst du dir heißes Eis vorstellen? Es existiert tatsächlich und zwar 33 Lichtjahre weit entfernt auf einem Exoplaneten. Dieser Planet besteht aus verschiedenen Wasserelementen und sie bilden brennendes Eis. Das Eis bleibt aufgrund des hohen Drucks fest. Dabei erreicht die Oberflächentemperatur bis zu 300 Grad Celsius. Das Wasser wird dadurch extrem heiß und steigt in Form von Dampf auf. Stell dir vor, Eis in deinen Kaffee zu tun, um ihn aufzuwärmen. Wenn du in die Sterne schaust, wirfst du stets einen Blick in die Vergangenheit. Sterne sind verdammt weit weg und ihr Licht braucht unheimlich lange, um bei uns anzukommen. Es wäre also möglich, dass einige von ihnen bereits ausgebrannt sind und schon nicht mehr existieren. Die Säulen der Schöpfung sind ein schönes Beispiel. Sie sind ein Teil einer 7000 Lichtjahre von uns entfernten Region namens Adlernebel. Wolken aus Gas und Staub formen die Säulen. Wissenschaftler entdeckten sie im Jahr 1995. Tatsächlich wurden sie jedoch durch eine Supernova vor mindestens 6000 Jahren zerstört. Das Bild von 1995 zeigt also die Säulen vor 7000 Jahren. Auf dem Mars finden wir den größten Vulkan des Sonnensystems, zumindest soweit wir wissen. Er ist größer als der ganze Staat Hawaii und hundertmal mächtiger als der größte Vulkan auf der Erde. Der rote Planet scheint so ruhig, doch einst dominierten Vulkane seine Oberfläche. Die Vulkane auf dem Mars konnten vielleicht wegen der schwächeren Gravitation so groß werden. Außerdem bewegt sich die Kruste auf unserem Planeten permanent, während sie auf dem Mars vermutlich starr ist. Sieh nach oben! Genau jetzt gibt es einen Meteoritenschauer. Na gut, nicht wirklich. Aber du hast geguckt. Magst du den Vollmond? Es gibt bald wieder einen, am 27. Februar, um genau zu sein. Wir hoffen inständig, dieses Video kommt rechtzeitig raus. Der Mond wird hell erleuchtet sein, weil er direkt gegenüber der Erde auf der Seite der Sonne stehen wird. Sie wird den Mond so sehr strahlen lassen, dass die Nacht unvergesslich sein wird. Sieh ihn dir an! Erinnert er dich nicht auch an einen gigantischen Schneeball, der da oben am Himmel baumelt? Manche Ureinwohner der nördlichen Hemisphäre müssen das auch so gesehen haben. Denn sie nannten das Phänomen, wenn er so groß und voll ist, Schneemond. Okay, dann schnapp dir mal dein Teleskop. Am 9. und 10. März stellen sich drei Planeten in einer ästhetischen Reihe auf. Von unten angefangen siehst du Jupiter, Saturn und schließlich den Merkur. Je nachdem, wie gut dein Teleskop ist, das heißt, wenn du überhaupt eins besitzt, kannst du einige Details dieser drei Planeten erkennen. Das Teleskop neu ausrichten und voilà, da ist er, ein weiterer Planet. Als wären sie nicht tausende Kilometer weit voneinander entfernt. Aber das ist längst nicht alles. Man kann sie sogar mit bloßem Auge sehen. Du brauchst also gar kein Teleskop. Das sieht dann in etwa so aus. Drei strahlend weiße Kugeln am Himmelszelt. Trotzdem beeindruckend. Um sie zu erspähen, musst du circa eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang gen Südosten schauen. Da sind sie. Regenschauer-Dusche gefällig oder lieber einen Meteoritenschauer? Diesmal kannst du dein Teleskop im Schrank lassen. Und keine Sorge, falls du den ein oder anderen Schauer verpasst. Es gibt mehrere im Jahr. Sie treten gleichmäßig verteilt auf. Wir meinen nicht die Meteoriten. Die kommen sich recht nahe. Schnapp dir deinen Kalender und notiere folgende Monate. April, August, Oktober, November und Dezember. In manchen Monaten gibt es sogar zwei Meteoritenschauer. Im Oktober und November nämlich. Such dir Tag und Monat aus, wie es in deinen Zeitplan passt. Aber pass gut auf. Sollte es ein etwas kühlerer Monat sein, schnapp dir eine warme Decke und dann leg dich auf dein Autodach und genieße das Spektakel. Du brauchst nur in den Himmel zu schauen und auf den Schauer zu warten. Oder, falls dein Leben strengen Zeitplänen folgt, kannst du dir auch mitten in der Nacht einen Wecker stellen. Geht auch. Achtung, der Merkur kommt direkt auf dich zu. Keine Sorge, er ist noch da, wo er hingehört. Und doch ist er etwas näher dran als sonst. Denn am 17. Mai befindet er sich in seiner größten östlichen Elongration. Das bedeutet, er ist gut zu sehen. Direkt nach Sonnenuntergang wendest du deine Augen nach Westen und suchst den Himmel nach dem Planeten ab. Dasselbe passiert noch einmal am 4. Juli. Doch diesmal musst du nach Osten schauen. Vielleicht brauchst du einen Kompass. Starte den Tag am frühen Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, um einen fantastischen Blick auf den Merkur werfen zu können. Kaffee nicht vergessen. Nicht gesehen? Macht nichts. Die nächste Chance hast du am 14. September oder 25. Oktober. Wie fändest du es, wenn der Mond ein wenig seiner natürlich weißen Färbung einbüßte? Nur wenige Tage nach dem ersten Auftritt des Merkur kommt es am 26. Mai zu einer totalen Mondfinsternis. Der Mond wird dunkler und dunkler, als würde ihn jemand mit dunkelroter Farbe übergießen, bis er schließlich rostrot auf uns herniederleuchtet. Leider können das nicht alle von uns sehen. Nur wer auf einem Kreuzfahrtschiff im Pazifik oder in Ostasien unterwegs ist. Wohnst du neben dem Tokio Tower, hast du Glück. In ganz Japan lässt sich das Schauspiel bewundern. Und auch wenn du im Westen Nordamerikas bist, kannst du die Verwandlung des Mondes bestaunen. Naja, Verwandlung, er ist ja kein Werwolf oder so. Es ist wohl eher ein Farbwechsel. So, immer noch der Mond. Stell dir ein riesiges schwarzes Loch vor. Nun, das nächste astronomische Ereignis erinnert zumindest an eins. Am 10. Juni wird bei der jährlichen Sonnenfinsternis der Mond maximal von der Erde entfernt sein. Dabei verdeckt er den Großteil der Sonne und lässt uns nur noch einen Kranz sehen. Wenn du zu diesem Zeitpunkt gen Himmel schaust, siehst du nur noch einen mächtigen, leuchtenden Ring. Den Mond selbst wirst du dabei nicht wirklich sehen. Er sieht aus wie das unendliche Universum. Keine Farbe, nur ein rabenschwarzer Fleck. Oh, und der Ring ist natürlich Sonnenlicht. Da wir gerade bei Ringen sind, ich hätte da noch einen. Den Saturnring. Dieser Planet ist voll ausgerüstet. Er hat einen Ring und, bist du bereit, 82 Monde. Es scheint, als tauche alle paar Jahre ein neuer aus dem Nichts auf. Na, jedenfalls wird der Planet am 2. August der Erde am nächsten sein. Und die Sonne wird ihn fleißig ausleuchten, dass wir einen guten Blick auf ihn werfen können. Er wird nicht nur heller sein als an allen anderen Tagen im Jahr, sondern auch die ganze Nacht zu sehen sein. Also, Teleskop wieder raus. Wenn du seinen Ring und ein paar seiner Monde, die am hellsten leuchten, sehen willst, brauchst du ein mittelgroßes Exemplar. Und noch ein weiterer Planet nähert sich uns. Jupiter. Diesmal am 19. August. Es wird genauso ablaufen wie beim Saturn. Die Sonne strahlt den Planeten ordentlich an und wir können gucken. Der Unterschied ist nur, dass du schon mit einem guten Fernglas die vier größten Monde des Planeten begutachten kannst. Sie sehen zwar nur wie winzige Pünktchen aus, aber jetzt weißt du wenigstens, was du da siehst. Okay, hast du dir schon was wegen der Meteoritenschauer, die wir vorhin erwähnt haben, überlegt? Also der beste ist der sogenannte Perseiden-Meteoritenschauer. Da geht es am Himmel zu wie an einer Ballwurfmaschine. Nur, dass sie eben Meteoriten abfeuert. Während dieses besonderen Showers kannst du bis zu 60 Meteoriten pro Stunde sehen. Auch sie leuchten sehr hell. Ha, sieh nur. Wusch, da ist noch einer. Die besten Tage, um gemütlich auf der Wiese liegend in die Sterne zu schauen, sind der 12. und 13. August. Um diese Tage herum ist der Himmel meist finster und klar. Perfekt für einen Meteoritenschauer. Stell dir einen blassroten Mond vor. Dieses Phänomen bezeichnet man als partielle Mondfinsternis. Zu beobachten ist sie am 19. November. Der rote Mond wird immer dunkler und dunkler, während er durch den Erdschatten zieht. Allerdings kann das auch nicht jeder sehen. Nehmen wir uns einen Globus. Also an diesen Stellen kannst du die partielle Mondfinsternis betrachten. Im östlichen Eurasien. In Japan. Auch auf dem Pazifischen Ozean, aber ohne Boot, kommt man da schwer hin. Dann wäre da noch Nordamerika. Mexiko, Zentralamerika und schließlich ein paar Teile vom westlichen Südafrika. Leg deine Schutzbrille noch nicht weg. Einen haben wir noch. Es ist die letzte Sonnenfinsternis des Jahres. Und diese wird auch noch ganz besonders gut zu sehen sein, weil der Mond die Sonne ganze zwei Minuten lang verdeckt. Man sieht nur noch die geisterhafte Corona der Sonne, auch bekannt als äußere Sonnenatmosphäre. Das Traurige ist, dass du in der Antarktis oder im Südatlantik sein musst, um einen Blick zu erhaschen. Aber Vorsicht, ich habe gehört, da unten soll es recht kalt sein.